Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Warhammer. Ja, wir haben einen Weplay vom Zocker, der ist mit seinem LeClaire unterwegs in der Nacht und hat auch schon Kill. Ähm, boah, ich mach das völlig fertig. Ehrlich gesagt, äh, hasse ich Nachtmaps, aber man kennt es ja, ne? Man sieht aber durch Thermal macht sich dann alles. Ja, Thermal ist best. Naja. So, ähm, der Zocker macht elf Kills. Das ist, äh, ne gute Auswahl, ne? Immer ne Schnapszahl ist, äh, besser kann's nicht sein, natürlich. Da ist da die Munition nicht hochgegangen. Jetzt, ich meine, der hat ja genau den, hat sich erledigt. Jetzt hat er den Ring aufgetaucht, ne? Aber gut. Geht hier auf Zack, Zack. Okay, dass die Runde nur so kurz ist, das ist auch, äh, hat man auch nicht sehr oft. So. Erstmal mit nem Heli jetzt Kills machen. Das ist, äh, natürlich richtig schwer eigentlich. Finde ich immer noch schön, dass wir das nicht gefixt haben mit der, äh, Sicht. Deswegen, äh, immer ein Einkill. Aber, ja. Ne, die wirft er erst gar nicht ab. Ja. Ach. Jetzt hab ich so schnell gehabt und hab gar nicht mehr nachgedacht. Huch. Ja. So, wir haben dafür noch ein bisschen. Und der Zocker war am Rennen. Er hat sogar einen verloren hier. In Besatzen. Kommandant jetzt. Weil der Flächenschütze, der muss ja da agieren. Der Fahrer liegt noch. Was sind das hier eigentlich für Boxen an den Zeiten? Die Funkausrüstung wird das bestimmt nicht sein. Es wird auch irgendwas mit Munition noch sein, ne? Abpraller, genau. So ein... Ey. Das ist ja richtig lächerlich. Das hätte eigentlich kein Abpraller werden dürfen. Der brennt auch. Schön in den Arsch geschossen. Und der sollte... Ja, genau. Der ist jetzt auch hinüber. Hinüber. Die Flächenschütze fliegen dann ja... Naja, wobei sie fliegen nicht so schnell wie sonst. Es gab schon Runden, da sind sie ja innerhalb von ein paar Sekunden entstanden. Aber das ist ja hier so hoch genug. Wie ich das jetzt sehe, lebt nur noch der Fahrer. Bisschen Zeitplan vielleicht jetzt für den Leopard. Auch gut. Erstmal runterjumpen. So. Äh... Leicht daneben geschossen. Und da ist auch der Kling. Sehr schön. Dann wird er sie wahrscheinlich kaputt haben. Und das Spawn auskrallen, der zockert. Und nicht den Merkkar. Ja, wobei... Ja, doch. Ist ja schon was vor. So. F ist auch kein Problem. Munition gesprengt. Kampfpanzer zuletzt. Ja. Sehr schön. Und M48 ist super. Den wird er nicht mehr kriegen können. Ja. Ist der Zocker jetzt auch kampfunfähig? Aber sterben tut er wahrscheinlich nicht. Ja. Dafür stehen die anderen zu. Sehr guter Beschuss. Das SUV sehe ich gerade. Ist da ein Clan. Auch schön. Ja. Und wir sind genau fünf Minuten gekommen. Das ist doch wirklich... wenig. Aber... Besser kann es auch nicht sein, ne? Schöne kurze Runden. Sind immer gut für mich zum... Äh... Hier für Weplays aufnehmen. Aber... Ne? Ja. Ansonsten. Also wir haben noch zwei weitere Weplays. Alles gut. Äh... Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Auf den Merkawa. Ne? Und... Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao.